Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Lange ist es her, wo ich es gespielt habe, für Zocko ist es jetzt das vierte oder fünfte Mal. Diuskuchen ist aktuell sehr aktiv in Hunt, man sieht auch seine Ansicht und in dieser Folge hört man leider auch nicht meine Stimme, weil es noch nach diesem Szenenwechsel ist. Von daher nicht wundern, dass ihr mich nicht hört und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der ersten Folge von Hunt Showdown, die wir jetzt wieder gespielt haben. und würde mich freuen über ein Däumchen nach oben, ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt und einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit Hunt Showdown. Ich würde sagen rechts, also da Südosten. Ja, direkt ein Ausgang hier. Auch nöö. Das ganze Spiel hat sich durch, hat sich drunter geschmissen, hat wieder umgestellt. Ja, wie war das? Nicht durchs Wasser laufen, ne? Knack. Äh, was ist das denn? Äh, äh, du weißt, schießen macht Geräusche und lockt die anderen an. Ähm. Du hörst es ja gerade selber durch die anderen. Ja, okay. Äh, ich hab mir das allwegs alles umgelegt gehabt, ich weiß ja, mir trägst sich noch. Ach, eh. Ach, eh. Na, da ist ne Hive. Ich hab hier einen Schalli drauf, da geht's ja. Hier liegt noch lange Munition. Ah, ist das so ein Kotzen, wenn alles umgestellt ist. Alter, dieses Kuhhund, du schnappst, ey. 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 Das ist nicht der Hundekäfig. Doch. Ich wollte schon sagen. Ich lauf da nur ganz normal. Was denn? Du hast den Dicken aktiviert. Ach ne, der Dicke, der läuft noch auf. Ach so. Den hättest du mit dem Schlagrecht schlagen müssen. Äh. Wir haben hier einen Boss noch. Noch ist es weiß. Es ist Wildschwein, was hier rumrennt. Weiß ich nicht. Wenn ja, dass auch V wir hier liegen. Ja. Scheiße. Hier unten sind noch, ach. Hier unten sind noch Krähen. Hier läuft noch ein Zombie rum. Hier oben ist noch Heilung. noch ist aber weiß. Hier vor mir. Wie ist denn auf dem Kampfer und wo der ist? Was? Du hörst ihn doch da rumstapfen. Habe ich doch eben gesagt noch. Es ist weiß. Und der rennt da ja auch noch um der Dicke. Mit seinem Blutegel. Auch. Hier liegt not. Das war's. Bist du jetzt reingelaufen? 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 Okay. 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 Bist du jetzt reingelaufen? 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 Ich glaube da hat jemand schlechte Laune. Noch ist keiner hier. Die Hive bei mir wurde aktiviert. Obwohl der Bienenschlamm ist da schwer rausgehoben. Ich glaube der ist hin. Da bin ich in dem Popo. Haben wir hier noch irgendwelche fallen? Was ist das? Ja die hängen noch da oben. Hm. Hm 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 hm. Aus der Richtung kommt einer. Der stand direkt vor mir. Geh nur nicht zu. Der ist umgefahren. Oh ich liege. Auch da. Hm hm. Ja die sind in dem Häuschen wo wir waren. Und gleich wieder. Der steht da direkt vor meiner Nase. Kann ich mich heilen. Ja kacke. Ja kacke. Der steht da am Geländer. Er stand vor mir am Geländer die Drecksau. Einmal durfte ich ihn treffen. Boah. Geh doch um die Ecke. Ich hab mir erst mal ne Spritze reingejagt. Trophäe aufnehmen. Ist die unten oder? Hm hm. Na dann geh ich mal runter. He he. Trophäe. Ja er stand da und hat nur eine kassiert. Da läuft aber noch einer am Dach rum. Achtung komm hoch. Hier wo ich gepinkt. Ja da war noch einer. Da guckte der Kopf nämlich gerade raus. Jetzt. Ist irgendwo jetzt dahinter. Oder runter gegangen. Das andere? Ja es sind zwei Stück. Ach so. Ja dann geh ich nochmal runter. Ah. Wie bin ich denn jetzt gestorben? Irgendeiner hat auf mich geschossen. Ah. Wo ich gepinkt hab war der gerade. Oha hier unten ist schon einer drin. War klar. Der hat nur unten auf mich gewartet. Ja ich kann noch nichts dafür. Ich hab gebrannt und wollte mich löschen und krieg von hinten in den Rücken geschossen. Ja und der andere war gefühlt unten drinnen. War so ein 14 Meter. Man wollte ihn anzünden. Ich lieg nicht im Feuer. Ja. Jetzt auch die Lampe schießen. Oh. Geil. Geiles Team Schatz. Deswegen wusste der wo ich war. Der hat eine aufgehoben. Aber ich bin froh dass ich nicht im Zweier gefallen bin. Hm. Ich bin hier unten ja. Ich auch. Ist noch ein Lipp. Was ist deine Frau? Oh. Oh nicht liegt direkt neben dem Ding. Oh ich hab nix zum heilen und bin eigentlich quasi. Mit der Spritze kannst glaub ich. Doch mit dem Verband geht auch. Hab ich nur noch einen Balken. Ja gut dann gehts dir nicht mehr. Oh ich hab jetzt beide glaub ich. Ne. Der andere hat eins aufgenommen. Oh und nun? Ich würd sagen zum Ausgang lang. Aber erstmal will ich noch gucken was die haben. Zumindest hier oben der. Hast du den hier oben gelootet? Ja ja ist schon klar. Obwohl ja ist ja jede Menge Zeit. Die anderen sind raus. Ich würde sagen wir. Ja ja wenn du einen Lut ist kriegst du eine Sekunde dazu. Ach. Mittlere Munition. Hier liegt ne Falle. Schieß drauf. Dann gehts kaputt. Achso ne die ist. Kann ich mir. Ist ausgefahren. Ja wo gab es aber noch Nummer drei. Ja wo gab es aber noch Nummer drei. Ach. Ach. Ja irgendwo wird noch mal drei liegen. Aber wo ist der Ausgang? Den hab ich doch hier oben erschossen eben. Ah. Okay. Ja. 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 Ja muss ja auch immer noch oder äh. Kannst du nichts machen? Ne. Kannst du auch noch zweimal. Ich hatte auch schon einmal. das ist eine heilung wenn die gar keine farbe mehr haben bringt mir auch heilung nix ja beziehungsweise ist voll haben haben wir gefunden gut aber kostet ja auch nicht gerade die welt ist ja immer noch damit überhäuft mit den punkten so ja wir müssen glaube ich da über die brücke hat diese schöne melodie noch das klavier angeschmissen über das wasserteufel ja zwei stück hatte ich auch noch gerade gefunden ja ich komme in ja 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 um auf tier 2 ja ja